Dieser Tage erreichte uns eine Zuschauer von unserem Zuschauer René Osselmann zum Thema Deutsche Wiedervereinigung. 30 Jahre. 30 Jahre ist es nun her, Deutschland war auf einmal wieder da. Einig Deutschland, ach wie wunderbar, wir sind wieder da und das ist wahr. Die Mauer ist gefallen und ein Jahr später war es so klar, Deutschland ist vereint und das ist doch so wunderbar. Es gab Gewinner in den 30 Jahren, aber es ist nicht alles schön und das muss ich dann halt so sagen. 30 Jahre ist es nun her, Deutschland war auf einmal wieder da. Einig Deutschland, ach wie wunderbar, wir sind wieder da und das ist wahr. Arbeitslosigkeit und Armut waren im Osten unbekannt und nun kennt jeder einen, der davon betroffen ist im Land. Ja, es gab auch Gewinner in diesen Jahren, so ist nicht alles Gold, was glänzt, auch in diesen Tagen. 30 Jahre ist es nun her, Deutschland war auf einmal wieder da. Einig Deutschland, ach wie wunderbar, wir sind wieder da und das ist wahr. Ich kann mich noch erinnern an Zeiten, wo ich nicht verreisen durfte in ein fremdes Land, in dieser Welt. Doch auch 30 Jahre später hat sich so nichts geändert. Jetzt kann ich nicht verreisen, es fehlt das nötige Geld. 30 Jahre ist es nun her, Deutschland war auf einmal wieder da. Einig Deutschland, ach wie wunderbar, wir sind wieder da und das ist wahr. Aber es ist dabei am Ende nicht nur alles Mist, ohne den Fall der Mauer gäbe es mein Partner so nicht. Ich muss da sagen, danke, denn es gab am Ende des Tunnels der Einsamkeit ein warmes Licht. Ich muss da sagen, danke, denn es gab am Ende des Tunnels der Einsamkeit.